Wir machen hier ein Turnier aus dem Club Rough Riders Bucks und wir versuchen den Leuten das Golfspielen näher zu bringen. Hast du schon mehr gespielt? Ja, letztes Jahr. Und? Tropfen? Ja. Gut gegangen? Rough Riders heisst, das sind quasi die Rauchengolfer? Ja, das Rough ist eigentlich das auf dem Golfplatz auf der Seite, wo das Gras höher ist. Wow, wie Fluchen, wenn sie so viel spielen. Richtig. Und weil wir die Rauchengolfer spielen und überall, wo es sauber gemeint ist, sind wir Rough Riders. Weil wir meistens aus dem Rough spielen. Oh, höchst ihr könnt innen stehen. Und? Hoi, 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 hoi. Zweit! Der ist super gewesen. Echt? Ja, der ist sensationell gewesen. Dann erweckt er mal. Ist der Ball? Ja, wo ist der Ball? Ja, wo ist der Ball? Nicht so die Kleinigkeit an den Einkaufsregeln. Nein, das ist keine Sache mehr, oder? Nein, man spielt auch gerne. Aber es ist halt schon... Ich spiele jetzt lieber, wenn ich keinen Druck habe.